Hallo Markus, Anfrage. Wir möchten dich für eine Promoaktion buchen. Gut 55 Euro, 6 Stunden, 9,16 Euro die Stunde. Mag gut klingen, aber ohne Fahrgeld, ohne Verpflegung tue ich mich dann ein bisschen schwer. Ich habe auch meine Kosten zu zahlen und zu tragen. Von 9,16 Euro kriege ich dieses nicht gestemmt. Dann schreibt man zurück, Vorschlag, der Preis, so und so und so mit einer Auflistung. Hallo Markus, wir haben dich aus dem System gelöscht, tschüss. Wollen wir nicht. Also bist du gezwungen, das zu machen, was die sagen? Ich nicht mehr. Ich habe meine Preisvorstellung, ich habe Kosten, wie ich schon erwähnt habe, die muss ich tragen. Andere Agenturen auch. Ich kriege also auch öfter so E-Mails von den 50, 80 Euro. Machst du mal, tust du mal für 10 Stunden, 12 Stunden, ohne Nachtzuschläge. Also wie gesagt, da reagiere ich gar nicht mehr drauf. Ich lege meinen Preis denen auf den Tisch und wer das nicht will, hat Pech gehabt, ganz ehrlich. Ausnutzen lassen, tue ich mich nicht mehr. Ja, wie gesagt, es ist traurig. Habt ihr das erfahren? Habt ihr da schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht? Wie gesagt, einfach in die Kommentare und Fragen auch an mich. Tschö. Wie gesagt, einfach in die Kommentare und Fragen auch an mich. Tschö.